Zürich. Genau, Autoresponder. 4. November. Dortmund. Expertengespräch mit Prof. Bert Wiss in Zürich. Soll ich anrufen? Natürlich. Alter, ich bin total nippelig. Ja, wie kann ich machen das jetzt? Ton läuft, ja? Läuft alles? Weiß ich nicht, aber wir holen Leute noch irgendwie. Und ab geht die Post. Ja, hallo. Die Art Tafel. Guten Tag, Herr Wiss. Ja, gut, ich bin parat, ja. Sie sind parat. Wir auch. Ja. Eine Frage, ist es Ihnen recht, wenn wir das Gespräch auf Ton mitschneiden? Für uns intern? Ja, machen Sie, können Sie schon mal. Es ist allerdings, der Empfang ist nicht so besonders gut. Oh, das ist bedauerlich. Ist es so besser? Also, bei uns ist der Empfang sehr gut. Das gibt immer so ein bisschen. Ich habe ziemlich Nachhall, aber vielleicht pendelt sich das ein. Ah, das, ich weiß, also, hallo, Felix Bürkle ist mein Name, ich bin der Kollege von Pipo Tafel. Das hängt daran, dass wir auf Freisprechen geschaltet haben und hier eben in unserem leerstehenden Ladenlokal sind, wo es ein bisschen hallig ist. Aha, ja, so ist besser. Ja, das sagt ja auch schon was aus über die Situation, in der wir arbeiten. Also, wir haben hier ein Ladengeschäft gemietet über das Theaterfestival und Proben auf, also von außen hat man Bündensituation, also das Schaufenster ist vollverglast auf einer Meter Höhe vom Trottoir. Ja, sieht man uns, wie wir abends, vor allem bei dieser Lichtsituation, eine Probe durchführen, die man als Performance bezeichnen könnte. Also, wir arbeiten viel mit Kontaktimprovisation und mit der Bewegung aus dem Moment. Aha. Jetzt hat uns sehr bewegt Ihr Zitat, wie Sie geschrieben haben, also Bewegung. Ein Körper bewegt sich von einer Position zur anderen in einem sensormotorischen Akt, der für den Betrachter von außen als räumliche Abfolge erscheint. Im Körper selbst erfährt sich Bewegung als inneres Erleben ohne Ausdehnung. Und damit habe ich natürlich das etwas zusammengefasst, was Henri Bergson in seinem Essay über Materie et Mémoire geschrieben hat, also Materie und Gedächtnis. Also, Bergson unterscheidet ja eben bei der Bewegung über diese, quasi als einen Akt, der von innen herauskommt und der Beobachtung von außen, die dann messbar wird. Und er geht dann ja so weit zu sagen, also Raum gibt es nur, wenn ich ein Gegenstand von außen ansehe, aber eine Bewegung ist an sich unräumlich, wenn ich sie von innen heraus vollziehe, quasi als Akt. Und da gibt es ja diese, man kann da die schöne Parallele ziehen, etwa von Lachsen, wenn sie quasi sich vermehren wollen, an die Stelle ihrer Geburt zurückkehren, ohne zu wissen, dass sie bald einmal gewesen sind. Einfach in diesem Akt des Zurückschwimmens an die Laichstätten der Brunnen. Also das wäre so eine Vorstellung. Sind Sie noch da? Ja, wir versuchen das ein bisschen zu sammeln. Ich mache gleichzeitig Notizen, weil wir sind natürlich philosophisch gesehen natürlich nicht so firm und belesen wie Sie als Spezialist. Wir haben natürlich eher als praktizierende Tänzer, als Choreografen haben wir natürlich sowohl diese Innenperspektive als auch die Außenperspektive und wir setzen uns ja auf eine ganz praktische Art und Weise damit auseinander. Wie gestalte ich quasi dieses innere Erleben auf eine Art und Weise, dass ich zu einer dezidierten Situation in der Performance auf der Bühne komme. Das ist ja quasi so die Arbeit des Choreografen, kann man sagen. Und beschäftige mich natürlich dann auch damit, wie sowas von außen aufgenommen wird. Und da schließt sich natürlich auch der Kreis. Deswegen ist uns auch das Zitat von Ihnen so ins Auge gestochen, weil wir da eben genau diese Auseinandersetzung mit diesen zwei Perspektiven quasi als Akteur und als Wahrnehmender von außen wiedergesehen haben. Natürlich aus unserer Perspektive. Ja, das ist natürlich auch so, dass Sie selber als Akteur ja immer sich von außen erleben. Also dieses, und das äußert sich ja dann in dem, dass ich mich selber kontrolliere. Also diese beiden Perspektiven laufen gleichzeitig immer nebeneinander. Und das ist ja beim Schauspieler natürlich besonders wichtig, dass er das in einer guten Balance hält. Wer sich zu sehr kontrolliert, verliert plötzlich auch quasi seine Werf, sich darzustellen. Ja, ganz genau. Und wer sich nur darstellt und sich gar nicht kontrolliert, der läuft aus dem Ruder. Also das sind, man kann da eben auch sagen, das sind zwei Ich-Formen des Ich, die nebeneinander parallel verlaufen. Eben das ist dieses Größen-Ich, das sich setzt, oder? Und dann das soziale Ich, das sich kontrolliert. Und wir finden das dann wiederum natürlich auch ganz holzschnittartig im Verhältnis zwischen dem Akteur auf der Bühne und dem Publikum. Das eine ist das quasi die Bewegung als Erleben, als inneres Erleben. Und das andere von außen gesehen ist die Bewegung als Gegenstand des Urteils. Und das ist die Urszene, in der Theater ausgetragen wird. Also ein Erleben, das dem Urteil unterstellt wird. Das macht eigentlich das Wesen des Theaters aus. Sie führt eigentlich diese beiden Ebenen zusammen. Dass aus sich heraus dieses sensomotorische Akt und diesen sensomotorischen Akt der Beobachtung anheim zu stellen. Also mir fällt jetzt konkret, wenn Sie von der Handlung und dem Rezipient sprechen, ein, die Frage, wenn es bei Henry Moore so etwas wie Negative Space gibt, von dem man spricht, und wo er in der Skulptur mit dem Raum arbeitet, was könnte denn die Entsprechung dann in diesem Fall sein? Also es gibt bei uns ja die Unterscheidung zwischen dem Theaterraum, dem Realen, und wo man mit der Empathie und, wie es ja auch jetzt nachgewiesen ist, mit dem Spiegelneuron sozusagen mitempfindet. Und es gibt den Bildschirm in 2D, wo man ein Artefakt hat. Ja. Und was passiert dann mit dem Raum? Oder passiert da überhaupt etwas? Ich glaube, Raum definiert sich wirklich erst durch die Messung. Also eben dadurch, dass er quasi von außen gesehen wird. Das macht Raum zu Raum. Ich meine, das ist dasselbe, was er schon, ja, auch in dieser frühen Theatertheorie der vierten Wand bezeichnet ist. Also da, wo die vierte Wand plötzlich aufgehoben wird, und der Schauspieler merkt, er wird betrachtet. Das verändert die ganze Versuchsanordnung. Und er muss ja dauernd so tun, als würde er nicht angeschaut, nicht? Ja, das ist das. Und er hat diese vierte Wand, die macht, dass er in seiner Bühnenrealität lebt und das Beobachtetwerden anscheinend nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist ja auch, das ist ja so eine Balance, die er aushalten muss und die er dann im modernen Theater, aber nicht nur da, sondern ja immer auch wieder durchbrochen wird durch kommentierende Figuren, die dann zwischen innen und außen vermitteln. Nicht das so, bei Brecht, das mit dem Verfremdungseffekt, also mit dem direkten Ansprechen des Publikums. Das sind dann solche Szenen, wo diese vierte Wand thematisiert wird. Diese äußere, in den Bühnenraum eingreifende äußere Raum, also wenn Sie, um es mit Henry Moore zu sagen, das ist quasi der Betrachterraum, der in den Innenraum der Bühne eindringt. Gut, das heißt aber, wenn man jetzt von Eindringen spricht und es kommt hier öfters bei Publikumsbefragung, also es gibt zufälliges Publikum auf der Straße, das geht von Fußballfans, die hier zum Borussia Dortmund-Stadion pilgern, bis hin zu Müttern mit Kindern oder Leuten, die Currywurst essen um die Ecke, aber auch Leute, die wir kennen, Festivaldirektorin oder... Es gab verschiedenes Feedback und zum Beispiel kam die Sprache auf die Sexualität. dass das, was wir dort machen und nicht nur als Körperlichkeit oder Tanz wahrgenommen wird, sondern sofort interpretiert würde als Choreografie über eine Beziehung, es geht über Vertrauen, es geht über Sexualität und es sind natürlich auch Fragen der Angst, die da auftauchen, also die Körperlichkeit, die Ungewohnte im öffentlichen Raum. Also ich weiß jetzt halt immer noch nicht genau, wie Sie, wie ich mir das vorstelle, also Sie sind in einem Schaufenster. Ja, exakt. Also Sie, genau, Sie sind und Sie sind, also so wird quasi die, und die vierte Wand ist das Glas des Schaufensters. Genau, und die Entsprechung davon... Das wäre eben der Dennis Diderot, der das gesagt hat, nicht? Die vierte Wand. Und Sie spielen natürlich eben mit dieser Anwesenheit und gleichzeitigen Abwesenheit der vierten Wand, welche eben den äußeren und den inneren Raum eben mehr oder weniger unsichtbar voneinander scheidet. Es ist ja, er entsteht eigentlich nur dadurch dann, wenn ich es mir bewusst werde. Und Ihre Aktion ist natürlich eine Aktion, die versucht, diese vierte Wand bewusst zu machen. Und dass das natürlich immer auch quasi im Sinne der Intimität auch missgedeutet wird, ist natürlich, liegt auf der Hand. Sie produzieren natürlich so ein, wie heißt das im Fernsehen da, die... Big Brother? Big Brother, ein Big Brother-Syndrom, nicht? Also diese Veröffentlichung von Intimität, das wird, also da wird sofort ein spannender Verhältnis entsteht da, nicht? Unwillkürlich, da können Sie agieren, wie Sie wollen. Die Leute, die da unvermutet hier eine vierte Wand erkennen, die werden natürlich zuerst an Sex denken. Oder eben an Intimität eben und am Schlüsselloch, ein Schlüsselloch, ein Schlüssellochblick, der kommt dann sofort auf. Es gibt ja auch nur einen... Eigentlich ganz unwillkürlich, vor allem in unserer Gesellschaft, wo eigentlich diese Zonen so transpar, so ubiquitär geworden sind. Eben Privatheit und Öffentlichkeit, wird geradezu obszön miteinander vermischt, nicht? Und gerade das Fernsehen verdient sein Geld damit, nicht, um in dieser Spannersituation, diese Schlüssellochposition zu vermitteln. Es kommt ja bei uns auch noch ein weiterer Aspekt hinzu, und der ist folgender, dass wir nicht...